BASF, Continental, Daimler und die Commerzbank sind wichtige Unternehmen für Deutschland. Aber lohnt es sich eigentlich im Allgemeinen in deutsche Unternehmen und in deutsche Einzelaktien zu investieren? Das schauen wir uns mal auf der Basis von einem Jahr, drei Jahren und fünf Jahren an und nehmen hierbei die Zahlen und Fakten von den größten deutschen Unternehmen zur Hand und wie man auch erkennen kann, welche Investments eigentlich hier besonders riskant sind, wenn man in Einzelaktien aus Deutschland investieren möchte. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance, mein Name ist Alex. Ja, und ich muss gestehen, ich investiere auch in einzelne Aktien, aber nur in diese vier und nicht mehr, das muss ich ganz offen sagen, denn ich bin jemand, der hat seinen größten Anteil vom Vermögen ganz klar in ETFs. Weil ich es einfach liebe, in Körbe von Unternehmen investieren zu können und dafür sehr niedrige Gebühren zu zahlen und auch hohe Kosten durch einzelne Fehlentscheidungen vom Investment in Einzelaktien zu vermeiden. Denn die richtigen Aktien auszuwählen ist auch eine Glückssache und wenn man die falschen auswählt, wenn wir uns jetzt mal im Anschluss die schlechtesten Aktien anschauen, dann sehen wir eigentlich, wie viel Geld das einen kosten kann. Ich persönlich, statt Aktien zu analysieren, fokussiere mich lieber darauf, dass ich dir den größten Mehrwert mit diesen YouTube-Videos biete. Allerdings will ich hier niemandem sagen, was er in seiner Zeit und mit seinem Geld zu tun hat. Diese Entscheidung bleibt natürlich immer dir überlassen, denn es ist am Ende dein Geld, das du investierst oder eben auch nicht. Und alle Aktien, über die wir heute sprechen, sind nach dem Prime Standard zertifiziert und kommen aus Deutschland, das heißt, sie sind im DAX, im MDAX, im SDAX sowie im TECDAX vertreten und in keinen anderen Indizes. Und der DAX ist ja ein Index, der reinvestiert seine Dividenden. Wenn wir uns jetzt den DAX allerdings mal ohne Dividenden anschauen, das heißt nur ein Kursindex und dann ebenfalls den Kursindex S&P 500 für den amerikanischen Markt hinzuziehen, dann sehen wir die große Differenz innerhalb der letzten 10 Jahre, seit dem 01.04.2010 und wir sehen hier unten den DAX, der ist so ziemlich genau im Tief bei 100% gewesen, das heißt da, wo er vor 10 Jahren gestartet ist. Und der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum 80% erwirtschaftet, auch im Tief und ist jetzt mittlerweile bei über 100% Kurssteigerung. Und der DAX mit Dividenden wäre übrigens hier aktuell, das heißt die Dividenden machen einen nicht unwichtigen Teil aus, nämlich 30% Performance über diese 10 Jahre und das ist ja ein wirklich ganz wichtiger Teil. Wenn wir uns auch mal im Rating die schlechtesten Aktien anschauen, dann müssen wir einmal nach Kurs sortieren, das heißt ohne Dividende und einmal nach Performance, das heißt mit Dividende. Und die Quelle, die ich hierfür benutze, ist vom DSW und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn wir uns jetzt also die schlechtesten Aktien nach Kurs anschauen, dann führt die Tabelle ganz klar die Sleeps AG und danach kommt das Scherzunternehmen Steinhoff. Und wenn wir beide uns mal in der Performance von einem Jahr anschauen, dann haben wir minus 92 und minus 47%. Danach kommt der Autozulieferer Leoni mit rund 66% Minus. Und jetzt kann man sagen, okay, 47% sind allerdings kleiner als 66% Verlust. Und das stimmt, denn wir schauen uns ja nicht nur ein Jahr an, sondern auch drei Jahre und fünf Jahre. Und bei Sleeps haben wir minus 97, bei Steinhoff minus 99 und bei Leoni minus 70%. Über fünf Jahre haben wir ein ähnliches Bild mit minus 96, minus 97 und minus 79%. Und am Ende ergibt sich hieraus ein Punktescore, der eben entsprechend schlecht bei manchen Unternehmen ausschaut. Und ganz wichtig hier zu erwähnen ist, dass der Stichtag der 31.12.2019 ist, das heißt die Corona-Krise ist hier noch nicht dabei. Und wenn wir uns jetzt die schlechtesten zehn Unternehmen anschauen, dann sehen wir hier eigentlich ganz schön, dass auch Großunternehmen dabei sind, wie auf Platz 9 die Deutsche Bank und auf Platz 10 ProSiebenSat1. Und wir sehen, während die Deutsche Bank eigentlich im letzten Jahr fast ihren Kurs halten konnte und dementsprechend auch nur wenig Minuspunkte bekommen hat, hat sie über drei Jahre mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Und über fünf Jahre sogar mehr als zwei Drittel, während wir bei ProSieben eine ganz ähnliche Situation haben. Hier wurde über fünf Jahre auch mehr als 60% verloren und im letzten Jahr lief es nicht ganz so schlimm. Und diese Tabelle ist nicht nur ein Indikator dafür, wie schlecht die Unternehmen in der Vergangenheit gelaufen sind, sondern auch wie schlecht sie in Krisen laufen können. Wenn wir uns hier den Chart seit Jahreswechsel bei ProSieben anschauen, dann sehen wir, dass das Geschäftsmodell wirklich sehr abhängig von der Konjunktur ist und die Aktie mittlerweile wieder mehr als die Hälfte ihres Wertes Stand heute verloren hat. In der gleichen Zeit hat der Index, in dem sich ProSieben befindet, der MDAX, zum Vergleich nur 28,6%, also in etwa die Hälfte verloren. Und wenn wir uns ProSieben Sat.1 jetzt hier mal anschauen in der Jahresentwicklung und den MDAX in der gleichen Jahresentwicklung 2019 beide, dann sehen wir hier die Differenz doch eigentlich ganz schön. Wir haben hier einmal plus 29% für das vergangene Jahr für den gesamten Index und bei ProSieben eben diese minus 10%. Das heißt, sie sind in der Krise schlechter und auch in der boomenden Zeit sind sie schlechter als ihr Index. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann lass mir doch jetzt ein Abo da und drück auf die Glocke, damit verpasst du kein Video zweimal die Woche und lass mir einen Daumen nach oben da, das unterstützt meine Arbeit sehr. Und wenn wir uns weiter die Tabelle anschauen, ab Platz 18 bis Platz 34, dann sehen wir, dass es auch positive Vorzeichen gibt und nicht alle Unternehmen unbedingt im letzten Jahr Verluste einfahren mussten, während der gesamte Markt gestiegen ist. Wir sehen hier wieder einige bekanntere Unternehmen wie 1&1 sowie RTL und als letztes die Commerzbank. Und wir sehen hier, waren ja teilweise sehr starke Kursverluste auch im letzten Jahr gegeben, aber eben nicht unbedingt, wie wir hier bei RTL sehen und ebenfalls bei der Commerzbank. Letztlich haben diese alle aber über einen längeren Zeitraum, wie wir es hier sehen, massiv Anwert verloren und die Commerzbank auch knapp die Hälfte ihres gesamten Marktwerts. Und das war jetzt der Kurs ohne Dividende und die Durchschnittsperformance von den 50 schlechtesten Unternehmen lag bei 13,5% im Jahr und bei 48% über 5 Jahre. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal mit Dividenden anschauen, wo wir wissen, beim DAX machen die einen enormen Unterschied über 30% über einen Zeitraum von 5 Jahren, dann sehen wir hier eigentlich ganz schön, dass das Delta oder die Differenz bei einem Jahr bei 0,8% liegt, bei drei Jahren bei 3,2% und bei fünf Jahren bei nur 4,7%. Das heißt, der Dividendeneffekt fällt bei schwächeren Werten auch deutlich niedriger aus, wie diese Zahlen belegen. Auf Deutsch gesagt lohnt es sich also nicht, schwächere Unternehmen nur wegen ihrer Dividende zu kaufen. Und wenn wir uns eins von diesen Unternehmen uns mal näher anschauen, nämlich ProSiebenSat.1, um beim Beispiel zu bleiben, dann sehen wir, dass mit 6,59 Euro aktuell ein sehr niedriges Kursgewinnverhältnis gegeben ist von nur 3,62. Ein in Anführungsstrichen normales Kursgewinnverhältnis liegt meistens in der Spanne von 15 bis 20. Und wenn wir uns hier mal die Jahresentwicklung ansehen in den letzten 52 Wochen, dann befindet sich der Kurs aktuell sehr nah bei seinem absoluten Tief und sehr weit weg von seinem absoluten Hoch. Und jetzt könnte man dazu quasi sagen, ja, dann lohnt es sich ja vielleicht doch jetzt, in diese Aktie Geld zu investieren, da sie einfach so eine hohe Rendite aktuell abliefert und so ein niedriges Kursgewinnverhältnis hat. Wenn wir uns nochmal die Zahlen anschauen, dann sehen wir hier eigentlich ganz schön, dass die Kursentwicklung in Prozent über 5 Jahre minus 60 Prozent war. Und auch mit Dividende, das nicht viel besser aussah, nämlich nur bei minus 47 Prozent kam man dann am Ende mit Dividende raus. Das heißt, man hat immer noch knapp die Hälfte von seinem Geld mit dieser Aktie über 5 Jahre verbrannt. Und das ist noch nicht, ja, mit Inflation gerechnet. Danach wird es noch ein bisschen mehr über die Hälfte sein. Und letztlich wollen wir doch alle mit unserer Geldanlage langfristig einen höheren Wohlstand erwirtschaften. Und nachgewiesenermaßen geht das leider nicht, indem man einzelne Aktien auswählt und dann in diese investiert, da auch die großen Fondsmanager, die eben genau das versuchen, den Markt zu schlagen, über eine lange Zeit regelmäßig scheitern. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wie wir hier ganz klar sehen, bei einem Jahr kommen schon fast zwei Drittel unter dem Index raus. Bei zehn Jahren 85 Prozent und bei 15 Jahren 91 Prozent. Das heißt, je länger der Zeitraum wird, desto unwahrscheinlicher wird es eigentlich, dass man einen Fonds erwischt, beziehungsweise, dass man die richtigen Aktien erwischt, in die man investieren sollte. Und deswegen habe ich auch mit 25 Euro im Monat angefangen und langfristig mein Geld in ETFs gespart, bei sehr niedrigen Gebühren, bei der Comdirect. Und falls du noch kein Depot bei der Comdirect hast, kannst du eins eröffnen, indem du den Link unten in der Videobeschreibung klickst. Und ich habe übrigens hier als meinen ersten ETF ein MDAX ETF gehabt und bin damit bisher sehr gut gefahren. Am Ende liegt allerdings die Entscheidung, in was du investierst, gänzlich bei dir. Und ich verstehe es auch, dass man manchmal gerne zockt und ich mache das persönlich auch sehr gerne. Allerdings versuche ich immer beim Investieren die Emotionen möglichst gut rauszunehmen und eben daran zu arbeiten, mein Einkommen zu erhöhen, statt besonders riskant zu investieren. Und sag mir mal deine Meinung zu den genannten Aktien. Ich bin mal gespannt auf den Austausch unten in den Kommentaren und lass mir ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Und einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Teil das Video gerne mit deinen Freunden und hier ist noch mein letztes Video und meine Empfehlung für dich.